Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Projekt Baudian Blender in Fass. Und das haben wir eigentlich soweit mit dem Bauen abgeschlossen. Jetzt geht es darum, dass wir das Ganze bunt machen. Kurz nochmal zur Zusammenfassung, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben unseren, ich sage jetzt mal, relativ einfachen Fass hier so ein bisschen günstig altern lassen, indem wir ein bisschen Geometrien zugefügt haben größtenteils oder eigentlich ausschließlich über das Bevel-Tool, haben dann hier noch ein bisschen aufgeräumt, um uns die Arbeit später zu erleichtern. Dann haben wir das Ganze verglichen, UV und Material oder zumindest mal den Ansatz verglichen. Das UV interessiert uns heute, das Material interessiert uns nicht, deswegen blenden wir das Material einfach aus. Für die, die es jetzt nicht gesehen haben, kurz zum Nachverfolgen hier ganz einfach das Auge zuklicken, hier der Kamera so ein kleines Kreuz verpassen und dann sieht das im Viewport niemand und auch im Renderer ist es raus. Wir markieren wieder unser Fass, wir gehen wieder in den Edit-Modus und dann sehen wir, dass wir hier in der letzten Folge ja schon relativ fleißig waren. Als kleine Fleißmeisen haben wir so ein bisschen hier vorgearbeitet, aber unsere Vorarbeit, ich habe mal getestet, die taugt leider nicht allzu viel, weil sich unsere Bereiche hier, dieses hier umgeht alles, aber hier zum Beispiel sehr nah aneinander dran befinden. Hier sind wir in Probleme zum Beispiel gekommen mit dem Overpaint, mit dem Überhang, den wir dann später beim Erstellen unserer Textur haben. Also nochmal in unser Unwrap-Menü rein. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt, das könnt ihr so oft machen, bis ihr zufrieden seid. Und wir machen jetzt hier eins, Unwrap, dann gehen wir hier unten in das Menü rein und sagen, du, pass mal auf, hier unser Margin, das war mir zu wenig, wir gehen von 0,01 auf 0,05 hoch und jetzt sehen wir, jetzt passt der uns das hier ganz locker flockig an und legt uns das hier alles neu aus und das jetzt mit dem Abstand von 0,05 im Verhältnis zu irgendwas unserer Textur, die wir dann später anlegen, beziehungsweise unserer Bilddatei. Das funktioniert jetzt erst einmal ganz gut. Ob das Ganze jetzt am Ende tatsächlich funktioniert, das werden wir gleich sehen. Wir machen uns hier unten mal das Shader-Menü ein bisschen kleiner. Wir brauchen das jetzt so gesehen nicht, aber wir lassen es uns trotzdem offen, weil hier passiert nämlich gleich was. Unser Material hat jetzt hier, unser Material, unser Fass hat jetzt hier kein Material. Das erkennen wir daran, dass wenn wir unser Fass jetzt hier am Outliner aufklicken, dann ist jetzt hier bei dem Zeichen für die eigentlichen Eigenschaften, für die Geometrien ist Schluss. Nicht so wie jetzt zum Beispiel hier eben bei unserem Fass, wo wir bereits zwei Materialkanäle drauf haben. Also bevor wir jetzt hier irgendwas machen können, bevor wir jetzt hier irgendwie was anstellen können, packen wir ein neues Material drauf. Das könnt ihr direkt hier im Shader-Editor machen, indem ihr hier auf New klickt oder aber ihr geht hier auf das Materialfenster bei den ganzen Eigenschaften und könnt hier ebenfalls auf New klicken und dann habt ihr ein neues Material. So, machen wir. Jetzt sehen wir, jetzt hat er uns hier dieses Principled BSDF eingefügt, also unseren Standard Shader. Mit diesem Standard Shader sind wir an sich erstmal auf der sicheren Seite. Das habe ich euch das letzte Mal ja schon gezeigt. Wenn wir jetzt hier die Farbe verändern, dann verändert sich die Farbe von unserem Fass ebenfalls. Allerdings wollen wir das Ganze ja jetzt nicht unikolor haben, sondern wir wollen ja jetzt hier eine fancy Textur malen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen hier eine neue Bilddatei. Dann können wir jetzt hier hingehen. Ist hier nichts drin. Hier haben wir bloß unser Render Result. Unser Render Result nützt uns an der Stelle gar nichts. Jetzt werden wir gefragt, wenn wir auf New klicken, wie wollen wir das Ganze nennen? Ich möchte euch erstmal was zeigen. Deswegen ist das hier erst einmal, wir nennen das ganz einfach so, wie es eigentlich auch heißt, nämlich Color Grid. Dann ist die Frage, wie groß wollen wir unsere Textur machen? 2048 habe ich festgestellt, ist eine schöne Auflösung. Denn bei 1024 wird es teilweise schon relativ groß, der Pixel, den wir da hier hinmalen. Und das gibt teilweise nicht so schöne Ergebnisse. Dann brauchen wir keinen Alpha an der Stelle. Alpha machen wir also aus. 32 Bit Float, das geht jetzt um die Farbtiefe. Ist an der Stelle erstmal scheißegal. So, und wir haben jetzt gesagt, wir brauchen so ein Color Grid, beziehungsweise wir hätten gerne so ein Color Grid. Dann machen wir New Image. Und jetzt hat er uns jetzt hier dieses magische Color Grid aufgezogen. Warum hat er das gemacht, beziehungsweise warum haben wir das gemacht? Und was nützt uns das denn jetzt in dem Falle? Uns nützt es uns, wir machen hier mal ganz kurz. Offensichtlich. Uns nützt das Ganze dahingehend, dass wenn wir das jetzt hier einfügen, dazu müssen wir Sheldr auf Texture, dann hier auf Image Texture gehen. Dann verbinden wir das hier Base Color und... unseren Shader an sich. Ja, und jetzt sehen wir, jetzt wird das schwarz dargestellt. Warum wird das schwarz dargestellt? Weil wir natürlich jetzt hier noch keine Bilddatei haben. Wir gehen jetzt hier einfach rein und der zeigt uns jetzt hier alle verfügbaren Bilddateien in unserer Datei an. Dann nehmen wir hier unser Color Grid, weil ich nämlich nicht richtig schreiben kann. Und jetzt sehen wir auf unserem Fass hier unser Color Grid. So wie das hier drüben ist, sehen wir das jetzt dargestellt. Zum einen können wir damit so ein bisschen die Region nachvollziehen. Also wo ist jetzt speziell unser Ausschnitt hier gelandet auf diesem Color Grid? Was aber für uns viel, viel wichtiger ist, das ist ein sehr gleichmäßiges Muster. Und wir können alles gleichmäßig lesen. Wenn wir jetzt nämlich hier zum Beispiel irgendwo eine Verzerrung drin hätten, das würden wir jetzt sehen. Das würde uns jetzt hier auf die Füße fallen. Deswegen ist dieses Color Grid am Anfang erstmal, sieht es beeindruckend aus. Also ihr könnt damit unglaublich auf die Kacke hauen, wenn es darum geht, jetzt hier irgendwie Freundinnen oder Freund mal zu beeindrucken. Zum anderen hat das halt wirklich den Vorteil, wir sehen, ob wir jetzt hier wirklich irgendwo bei unserem Unwrap ein Problem haben, was uns später auf die Füße fallen könnte. Aber wir sehen, das Grundmuster, das sind ja farbige Quadrate. Die farbigen Quadrate passen, also die sehen alle so weit quadratisch aus. Die Schrift, die können wir lesen, ohne dass die jetzt besonders verzerrt ist. Und damit kann man sagen, es stimmt jetzt alles. Wie es aussehen würde, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel nicht stimmt, das kann ich euch mal zeigen, indem ich jetzt hier dieses Face losgelöst von allen anderen jetzt sicher bearbeite und jetzt seht ihr, was ist denn hier los? Also hier ist jetzt alles irgendwie komisch. Warum hat er das jetzt gemacht? Machen wir jetzt mal rückgängig. Wenn wir jetzt aber zum, ich habe gesagt, wir machen das rückgängig. Ach so, ja. Ich vergesse manchmal, dass Blender dieses rückgängig, dieses rückgängig machen halt ebenfalls auch mit auf die Schritte anwendet. Also markieren, demarkieren und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel dahergehen und sagen, wir ziehen das jetzt mal hier sogar ein zweit raus. Jetzt gucken wir, gucken wir, gucken wir. Oh, jetzt sehen wir was. Also hier hat sich ein Fehler produziert, den wir so nicht haben wollen. Dafür ist dieses Color, diese Color Grid eigentlich ganz praktisch. Dass man halt wirklich hingehen kann und sagen kann, aha, okay, also ich habe jetzt hier das und das Problem. Da in der Region müsste ich vielleicht nochmal nachbessern. Da müsste ich vielleicht nochmal irgendwo ein Theme setzen oder so. Oder mir anderweitig Gedanken machen, dass ich diesen Verzug rausbekomme. Wir sehen, wir haben gut gearbeitet. Da können wir uns jetzt selber mal auf die Schulter klopfen. Das sieht soweit alles in Ordnung aus. Also brauchen wir unsere Color Grid hier so gesehen nicht mehr. Jetzt löschen wir die Textur und jetzt wird scharf geschossen. Wir legen uns eine neue Textur an und die nennen wir auch gleich Fasstextur. 2048 mal 2048 haben wir noch angeschalten bzw. noch eingestellt. Und dadurch, dass wir jetzt halt kein Color Grid ausnehmen, sondern ein Blank, wird auch von uns ein bisschen was wir für eine Farbe haben wollen. Jetzt wäre es ja ganz sinnvoll, wenn wir irgendwie so mit der Farbe schon in die Richtung gehen, wo wir halt hinwollen. Nämlich so, was ist ja dann doch so Holzfarben? Also würde ich sagen, größtenteils braun. Jetzt ist ja immer wieder die Frage, was ist das für ein Holz? Der hat auch 100 Millionen, Milliarden verschiedene Holztöne. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir, dass sich jetzt natürlich nichts geändert hat. Wir haben jetzt nur diese Bilddatei angelegt und hier unten hat er ja immer noch dieses Color Grid. Wenn wir jetzt aber auf Fasstextur klicken, dann sehen wir, uh, geile Nummer. Er hat unser Fass übernommen. Also er hat unsere Textur so gesehen übernommen und damit können wir jetzt tatsächlich so langsam, aber sicher anfangen zu malen. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt hier einfach blindwütig anfangen zu malen, erst mal sehen wir jetzt hier schon, oh, hier gibt es Probleme im Shading. Ich empfehle an der Stelle, kommt, also seht, wie ihr damit klarkommt. Es gibt Leute, die machen das Ganze im Flat Shading. Es gibt Leute, die machen das Ganze im Smooth Shading, also in ihrem finalen Shading, wie sie es gerne haben wollen. Ich mache das für euch jetzt mal mit. Im Flat Shading persönlich würde ich es jetzt im Smooth Shading eigentlich machen, weil das Flat Shading hat halt so gerade jetzt hier bei so runden Körpern und sowas doch so ein bisschen den Vorteil, also ihr seht eure Kanten und wenn ihr an den Kanten orientiert arbeiten wollt, ist das natürlich halt wesentlich besser, als so auszuorakeln, wo sind denn diese Kanten jetzt eigentlich hin? Gerade wenn ihr jetzt halt sagt, okay, ich will jetzt hier an der Kante die Fuge zwischen zwei Brettern zeichnen. Da macht es ja Sinn, wenn ihr die Kante seht. Und das hat mit der Textur hier so gesehen auch überhaupt nichts zu tun, ob das jetzt im Flat Shading ist oder im Smooth Shading. So, wir, ich zeige euch jetzt mal, sind jetzt hier im Text Shop Paint Modus. Wenn jetzt hier hingehen und sagen, füllen wir das Ganze mal mit Farbe, haben wir ja so gesehen eigentlich schon gemacht. Und wir wählen uns jetzt hier, Moment, Moment, Moment. hier, also hier ins Werkzeug reingehen, dann sehen wir jetzt hier unseren Brush. Der Brush, der deutet halt an, also der Pinsel deutet halt an, dass das jetzt unser Füllwerkzeug ist, also unser Eimer einfach ausgekippt. Und dann kümmere dich. Dann haben wir hier unten unseren Color Picker. Ich zeige euch das jetzt bewusst mal mit so ein bisschen gröberen Farben. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, was macht man da? Jetzt hat er unser, unser, unser wunderschönes Fass, hat er jetzt hier so überpinselt. Jetzt ist das komplett blau. Und wir sehen aber, das ist zum Beispiel hier drüben auch in der Textur gelandet. Dazu können wir jetzt hier auch in den Image Editor gehen, beziehungsweise würde es sich empfehlen, auch im Image Editor zu arbeiten, weil ihr nämlich sowohl hier im 3D Viewport arbeiten könnt, wie auch im Image Editor. Wenn wir im Image Editor jetzt zum Beispiel in das Paint Menü reingehen, wieder T drücken, dann sehen wir, dann bekommen wir zum Beispiel sogar unser Werkzeug. Wenn wir jetzt mit dem Farbeimer hier auf das Fass losgehen, dann malt er das rücksichtslos genau in der Farbe an, wie wir das jetzt hier haben wollen. Jetzt hatte ich gerade natürlich sinnlosen Pinsel, aber ich kann jetzt zum Beispiel mit dem Pinsel mal was zeigen, worauf ich nämlich sogar hinaus wollte. Wir haben jetzt hier den Pinsel voll gemalt. Und jetzt kennt ihr das ja wahrscheinlich aus verschiedenen Paint-Programmen. Das ist zum Beispiel so eine Macke. Wenn ihr das Werkzeug wechselt, dann geht er irgendwie in der Farbe auf das letzte Werkzeug. Wenn ihr jetzt im Paint-Programm oder in Kriter oder in Gimp oder, oder, oder arbeitet, wenn ihr jetzt hier normalerweise mit der Farbe draufgehen würdet, dann würde der jetzt bloß die blaue Fläche malen und die grüne würde er lassen. Macht er hier nicht. Es ist dem Furz egal, was da drüber oder was da drunter liegt. Der bügelt das einfach alles platt. Also das ist was. Dieses Füll-Tool, das ist ein Werkzeug, das ist mit Vorsicht zu betrachten. Andersherum, wenn wir jetzt, wir nehmen nochmal einen Pinsel und machen hier wieder eine andere Farbe drüber. So, haben wir unser Fass jetzt hier wunderschön voll geschmiert. Andersherum, wenn wir jetzt hierher gehen und sagen, wir möchten das jetzt hier nochmal einfärben, nehmen wir jetzt zum Beispiel hier mal eine gelbe Farbe, klatschen die jetzt hier hin. Hier im Paint-Modus, da macht das tatsächlich. Da ist es so, da könnt ihr die Flächen unabhängig voneinander einfärben. Da wird nichts drüber gebügelt. Da könnt ihr jetzt hierher gehen und sagen, ich mache jetzt hier den Fehler weg und mache jetzt hier dies und das und andernas. Und so lassen sich ja schöne Effekte mit erzeugen. Aber das halt bloß mal so als Hinweis, das passiert hier nicht. Und was ganz gerne passiert, das sind hier so kleine Fehlerchen, die ihr dann hier auch rauslöschen müsst. Fragt mich nicht, warum. Teilweise arbeitet das Blender hier, sagen wir mal, nicht wirklich sauber. Teilweise ist es kein Problem. Aber zum Beispiel das, was ich hier mit diesen Fugen gerade gemacht habe, das können wir einstellen. Da gehen wir hier unten auf Options. Und bei Options haben wir nämlich zum Beispiel diese Bleed-Option. Ich sage jetzt mal zwei Pixel Bleed, das ist mir zu wenig. Was macht Bleed? Wir sehen jetzt hier verlaufen unsere Kanten. Wenn ich jetzt das Bleed von zwei Pixel auf acht Pixel hochnehme, unser Fass noch einmal eindusche, dann sehen wir, dann ist dieser Rand jetzt hier größer geworden. Warum macht man das? Wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel bei so einem Spitzen passiert, das ist hier relativ häufig. Wenn ihr hier zu wenig Bleed habt, dann kann es passieren, dass sich eure Punktkoordinate zum Beispiel die Hintergrundfarbe raussucht, wenn zu wenig Bleed da ist und ihr dann halt einen Texturfehler habt. Dass ihr dann irgendwo in der Textur plötzlich so einen Punkt habt, der da nicht hingehört. Deswegen nimmt man das so ein bisschen, dieses Überzeichnen hier, dieses Bleed. Und deswegen habe ich unser UV-Map auch noch mal neu gemappt, damit das Ganze so ein bisschen rauswandert, damit wir so ein bisschen Abstand haben. Und ja, das ist jetzt hier soweit fertig. Jetzt haben wir aber dieses Füll-Tool und mit diesem Füll-Tool haben wir jetzt festgestellt, der macht uns immer das Ganze fassbunt. Macht aber nicht bloß das Füll-Tool, auch wenn wir jetzt mit dem Stift hier hingehen, da war ich jetzt ganz schön schlampig. Also wie wir das sehen, wenn ich jetzt hier unseren Ring anmalen will, muss ich mich doch wirklich sehr, sehr konzentrieren, sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Und jetzt sehen wir, ich habe nicht nur unseren Ring angemalt, sondern wir sehen, hier wird es auch überall sonst im Bild blau. Das ist jetzt eine blöde Sache. Jetzt können wir da einfach den Modus wechseln, gehen wieder in den Edit-Modus, gehen ins Face-Select und sagen, wir wollen jetzt hier die Flächen, die wir ausmalen, uns ganz bewusst maskieren. Also wir haben das jetzt ausgewählt. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, gibt es jetzt hier den sogenannten Mask-Modus. Und jetzt sehen wir, jetzt wird hier ein Teil unseres Fasses quasi ausgeblichen. Das soll uns signalisieren, dass wir auf dem Teil jetzt nicht rummalen können. Wenn ich jetzt hier hergehe, kann ich jetzt rumschlampen, wie ich will. Dann kann ich nicht nur rumschlampen mit dem Pinsel, sondern dann kann ich jetzt hier auch mit dem Duschtool hingehen. Dann will ich jetzt wieder die alte Farbe so mit unserem Eimer hingehen. Und jetzt malt er uns wirklich nur den Ring an. Das ist eine Arbeitsweise, das kann man so machen. Aber wenn man das jedes Mal aufs Neue alles markieren will, gebe ich euch Brief und Siegel. Das macht ihr nicht lange. Da wächst euch irgendwo eine Feder, weil da werdet ihr blöde. Wir haben das jetzt hier noch markiert. Ich weiß, das sieht man jetzt relativ schlecht. Ich wechsle dazu mal in den Drahtgitter-Modus, in den Wireframe-Modus. Jetzt sehen wir, unser Fass ist noch markiert. Und jetzt können wir ganz einfach dahergehen und sagen, wir drücken P. Wir haben jetzt P gedrückt, haben also unsere Auswahl separiert. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier ein neues Objekt geschaffen, Fass UV 001. Das ist jetzt so gesehen erstmal scheißegal, wie das heißt. Aber ich empfehle euch an der Stelle, halt, wir haben Fass UV 001. Wir wollen nicht Fass UV ändern. Wir wollen Fass UV 001 ändern. Ich empfehle euch an der Stelle, macht euch die Arbeit und benennt das Zeug ordentlich, weil dann arbeitet ihr später auch einfacher. Wir nennen das jetzt hier Fass Ring Ohm. Wie ihr das nennt, das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr mit eurer Benennung was anfangen könnt. Dass ihr das später zuweisen könnt und nicht irgendwie quertig, zubsel, sonst irgendwas und kein Schwein weiß, hä, was willst denn du da eigentlich mit? So, dann können wir jetzt hier weitermachen. Moment. Wir gehen wieder in unseren Solid-Modus. Wir markieren uns jetzt hier unseren unteren Ring. Kurz mal drüber geguckt. Das sieht soweit gut aus. Dann wieder P für Separate. Dann haben wir jetzt unseren unteren Ring markiert. Dann ganz sinnvoll. Ich zeige euch gleich, warum. Ich zeige es euch erst mal, bevor ich es markiere. Machen wir auch hier kurz. Ich habe euch ja gezeigt, warum ich das mit dem Ring mache. Ich würde Deckel und Boden ebenfalls separieren. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wir gehen in unser Fass wieder rein. Wir gehen in unseren Textrapaint-Modus wieder rein und wir nehmen uns jetzt hier mal den Pinsel. Und jetzt nehmen wir den Pinsel und malen mal hier so über die Kante. Wir wollen eigentlich ja bloß hier oben das Ganze so ein bisschen grün machen. Und was stellen wir jetzt so fest? Ach, scheiße. Haben wir unseren Deckel mit bemalt. Das ist jetzt nun nicht unbedingt das, was wir wollten. Und es gibt auch einen massiven Krawall, wenn ihr dann jetzt wirklich da sitzt und habt zum Beispiel halt den Deckel mühevoller Handarbeit schon ausgearbeitet und malt hier wirklich über die Kante. Ihr könnt mir glauben, da versaut euch den ganzen Spaß an der ganzen Materie. Also auch hier einfach schnell wieder in den Edit-Modus. Wir gehen ins Face-Select, nehmen unseren Deckel, drücken P, also Separate, Separate by Selection. Dann hier wieder alles abwählen. Wir wählen unseren Deckel aus. Diesmal mit dem Auswahlrahmen. Wieder P, Separate by Selection. Dann gehen wir hier drüben kurz in den Modus rein, klicken mal durch, sehen, aha, wir haben also unseren Deckel sauber ausgewählt. Wir haben unseren Boden sauber ausgewählt. Dann benennen wir das Ganze noch entsprechend, damit wir da später auch mitarbeiten können und sagen jetzt hier, das ist der Fassdeckel. Weil jetzt Deckel oder Deckel geschrieben, ich habe Dackel geschrieben. Warum ich immer mit A und E durcheinander komme, ich weiß es echt nicht. Das ist bei mir mit 47 und 74 genauso. So, dann haben wir unseren unseren Fassboden. Da haben wir jetzt Boden geschrieben und nicht wieder irgendwas komisches. So, und wenn wir jetzt hier in unser Fass reingehen zum Malen, wo ist es denn hin? Warum ist Fassmaterial eigentlich da so mittendrin? Was habe ich? Ich sollte vielleicht UV einfügen, um das Ganze hier mal ein bisschen aufzuräumen. Das machen wir ganz schnell. So, dann kommen wir nämlich jetzt hier auch nicht in die Verlegenheit, dass wir das Falsche eventuell auswählen. Jetzt haben wir das Fass UV, Fass UV Boden, Fass UV Deckel, Fass UV Ring, Fass oben und unten. Und können wir jetzt alles durchschalten, nochmal gucken, passt das alles von der Zuweisung, passt das auch vom Namen. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt irgendwas benennt, was da gar nicht hingehört. So, warum haben wir das jetzt gemacht? Jetzt können wir das auswählen. Jetzt gehen wir hier in unser Text Shop Paint Fenster wieder rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Alt und Q drücken, dann seht ihr, dann leuchtet das hier mal ganz kurz bunt auf. Und dann haben wir unseren jeweiligen Körper, unsere jeweiligen Geometrien ausgewählt. Ich finde das persönlich ein bisschen umständlich, ist auch so eine Tastenkombination. Da hat man ganz schnell dann mal irgendwie Alt und B gedrückt oder noch schlimmer Alt und Tab gedrückt und ist dann aus dem Programm raus. Wen das ebenfalls nicht wirklich gefällt, wem das ebenfalls zu heiß ist, für die Leute haben wir unsere Teile vom Fass jetzt hier benannt. Und wir können jetzt hier im Outliner einfach auf die Punkte klicken und ihr seht hier, leuchten die ebenfalls wunderhübsch und prächtig. Falls ihr euch jetzt übrigens wundert, warum der hier mit den Farben so durchschaltet, ob der irgendwie ein bisschen spinnt. Ja, tatsächlich, warum auch immer, er geht in den Solid Mode rein, statt in den Material Modus, Texture Modus. Und dann sehen wir, jetzt wird das bloß kurz gehighlighted, was wir halt hier haben, aber er spinnt sich nicht mehr so ein ab. Wenn wir jetzt hier in den Render Modus gehen, na gut, im Render Modus funktioniert jetzt gerade gar nicht, weil wir haben jetzt das Prinzip die F drüber und runter liegen. Das soll es an der Stelle erstmal zur Vorbereitung sein. Jetzt ein paar kleine Sicherheitshinweise nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt hier noch unseren Pinsel aktiv. Wir gehen jetzt in unser Fass selber rein, aber warum geht der uns im Texture Paint Modus jetzt mit diesem Highlight auf den Geist? Das verstehe ich schon wieder nicht eigentlich, weil genau darum soll es gerade gehen, um eben solche Stolpersteine, dass ihr da nämlich nicht hängen bleibt. Das ist halt also mal wieder richtig schön. Ich kann jetzt behaupten, ich habe das mit Absicht gemacht, das ist gerade Vorbereitung. Tatsächlich ist das aber so nicht gewollt. So, wir wollen das ganze Fass jetzt einduschen. Natürlich sehen wir wieder nichts. Warum macht er da hier wieder nichts? Wir gehen nochmal ganz kurz in den Objekt Modus. Wählen unser Fass aus. Gehen jetzt vom Objekt Modus in den Edit Modus. Warum sind wir schon wieder im Edit Modus? Jedenfalls wir sind im Edit Modus. Es ist alles richtig dargestellt. Das ist erstmal wichtig. Das ist erstmal schön. Jetzt gehen wir hier wieder hin in den Objekt Modus und jetzt gehen wir in den Texture Paint Modus und aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Ach so, ja, Fehler gefunden. Natürlich wieder Fehler bei der Firma. Hier das Masking Tool. Das muss natürlich wieder aus, weil ansonsten können wir nicht malen. Das ist ein Punkt. Hatte ich eigentlich erst als dritten Punkt auf der Liste. Das blöde Masking Tool. Ja, Masking Tool aus. Wenn Masking Tool aus, dann können wir unser Fass jetzt natürlich hier mit den wunderschönsten, grellsten und in den Augen am wehtunenden Farben verunzieren. Ich will auch mal den Pinsel nehmen, mit dem Pinsel ein bisschen rumstänkern. Wir sehen jetzt hier unser Pinselwerkzeug. Da sehen wir einen Radius von 50 und eine Stärke von 1. Das könnt ihr, wenn ihr so wie ich jetzt hier so ein Draw Tablet liegen habt, könnt ihr zum Beispiel halt den Stiftendruck dazu nutzen, um halt die Größe oder um halt die Stärke zu variieren. Dafür ist jeweils diese Einstellung hier mit dem Punkt. Ich persönlich, naja, also ich habe zwar so ein Draw Tablet liegen, aber an der Größe pfusche ich in der Regel nicht rum. Die Stiftintensität, die mache ich schon ganz gerne über die Druckintensität. Was ich euch aber zeigen will, wir haben jetzt hier dieses Fass. Ich gehe jetzt hier an dieses Fass ganz nah ran. Unsere Pinselgröße ist 50. Ich mache jetzt hier einen blauen Punkt. Jetzt scrolle ich hier ein bisschen raus. Unsere Pinselgröße ist immer noch 50. Jetzt mache ich hier einen blauen Punkt. Was ist denn da los? Ist doch die gleiche Pinselgröße. Jetzt scrolle ich hier noch weiter raus und jetzt habe ich hier so einen großen Punkt gemacht, dass der unseren zweiten Punkt schon fast auffrisst. Und nicht nur das. Ich habe sogar noch einen anderen Effekt dazu, den ich euch jedenfalls zeigen will. Ihr zeichnet immer in Relation zu eurer Perspektive, weswegen es sich empfiehlt, möglichst senkrecht auf die Flächen zu zeichnen, die ihr anguckt. Wenn ihr jetzt hier, wir machen das jetzt mal wirklich ganz bewusst, ganz provokant, wenn ich jetzt hier hin zeichne, hier ist es abgerissen, hier kommt gar nichts mehr an, weil das so toter Winkel ist, tote Kante ist. Wenn ich jetzt hier zeichne, dann macht er mir plötzlich so eine ewig lange Linie und das ist ja was, das wollen wir so gesehen nicht. Also halt immer versuchen, möglichst im rechten Winkel drauf gucken, also möglichst halt so einen orthogonalen View haben und dann könnt ihr hier malen. Dann gibt es hier auch keine Verzerrungen und ähnliche Geschichten. Was ebenfalls eine Stolperfalle sein kann, ihr wollt irgendwas bemalen und es geht nichts. Wie kann sowas entstehen, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier nicht so ein Bild angelegt habt in eurem UV- bzw. Image Editor, sondern ihr hier auf New gegangen seid, weil ihr hier gelesen habt, oh, Texture, ich will eine Textur anlegen und jetzt drücke ich hier auf New und plötzlich kann ich nicht mehr damit arbeiten. Plötzlich kann ich nichts mehr machen. Warum kann ich nichts mehr machen? Weil das Texture hier oben hat überhaupt nichts mit unserer eigentlichen Textur zu tun. Hier haben wir jetzt versucht, unserem Pinsel eine Textur zuzuweisen und da wir daher keine Textur unserem Pinsel zugewiesen haben, malt er nicht mehr. Das Gemeine ist, ihr könnt immer noch mit dem Fill-Modus arbeiten, aber der Pinsel habt euch gerade kaputt, gemacht. Wie machen wir den Pinsel jetzt wieder ganz? Das ist ganz einfach. Wir gehen hier unten auf Texture oder dann halt hier oben auf Texture. Die Möglichkeiten sind die gleichen. Wichtig ist, dass ihr dieses Kreuz drückt und jetzt seht ihr, jetzt ist das hier verschwunden. Unser Pinsel sollte wieder funktionieren. Kurze Probe aufs Exempel. Unser Pinsel funktioniert wieder einwandfrei. Alles tutti, alles schön. Also, immer gucken, wenn der Pinsel plötzlich nicht mehr geht, habt ihr das Masking-Tool vielleicht an. Das Masking-Tool habt ihr ja gesehen, da wird alles andere so ein bisschen milchig oder habt ihr versehentlich eurem Pinsel eine Texture zugewiesen oder aber habt ihr eurem Pinsel zum Beispiel versehentlich eine Texture Mask zugewiesen. Texture Mask ist ganz super praktisch, wenn ihr dann irgendwelche Strukturen versucht zu malen, wie jetzt zum Beispiel so Unregelmäßigkeiten auf einer Wiese oder auf einem Stein oder, oder, oder. Da könnt ihr euch dann unzählige Texture Mask, also Pinsel quasi aus dem Internet laden oder halt auch selber anfertigen. Da könnt ihr zum Beispiel halt hier unten mit dem Shader Editor könnt ihr euch prozedurale Pinsel erstellen, wenn ihr da richtig drin seid und sowas. Das ist super praktisch, aber wenn ihr malt und plötzlich geht nichts mehr, dann liegt es in der Regel daran, dass ihr hier irgendwo so eine Texture beziehungsweise so eine Texture Mask angelegt habt und da ist irgendwo ein Fehler entstanden, womit Blender plötzlich nicht mehr klarkommt, weswegen ihr nicht malen könnt. Was ebenfalls passieren kann, ihr habt hier Stroke rumgespielt und habt zum Beispiel das Spacing total hochgesetzt. Warum auch immer. Passiert schnell, reingeklickt, aufgezogen das Ganze und plötzlich geht nichts mehr oder ihr habt dann hier so eine komische, also ich halte die Maus die ganze Zeit gedrückt, ich weiß nicht, warum das Screencast-Key das nicht anzeigt, aber dadurch, dass ich dieses Spacing so hochgesetzt habe, seht ihr, da kommt ihr nur alle 14 mal irgendwo so ein Punkt zustande und das kann natürlich halt auch so, warum malt denn der jetzt hier nicht, warum kommt hier immer bloß mal so ein Punkt, da dann mal beim Stroke reingucken, ob ihr denn vielleicht mit dem Spacing hier irgendwie euch vertan habt oder sowas, genauso hier Dash Radio und 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 und. Also in der Regel liegt es daran, wenn ihr versucht, mit dem Pinsel zu malen und dem Pinsel malt nicht, dass ihr Masking anhabt, dass ihr eine Texte irgendwo draufgelegt habt, wo es halt, sag ich mal, keine Daten dazu gibt, also er nicht weiß, was er damit machen soll oder aber, und das ist richtig gemein, ihr habt den falschen Blend-Modus in der Verwendung zur falschen Farbe. Wir haben jetzt unser Fass, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Clowns-Fass auf Ecstasy, habe ich irgendwie so das Gefühl. Wenn wir jetzt hierher gehen, wir sind jetzt hier im Mix-Modus, im Mix-Modus können wir total durchdrehen, aber der Mix-Modus ist jetzt nicht der einzige Modus, sondern wir sehen, hier gibt es noch drei weitere Modi und die nennen sich zum Beispiel so Darken, Lighten, Vivid Light, Linear Light und so weiter und so fort und lassen da so ein bisschen einen Schluss zu, was dieser Pinsel für eine Funktion haben könnte. Wir haben jetzt so ziemlich die hellste Farbe, die es gibt, obwohl sie keine Farbe ist, wir haben Weiß und ich habe jetzt hier den Pinsel auf Darken eingestellt und jetzt kommt hier sowas bei rum. Das ist jetzt nun irgendwie was, was so eigentlich nicht funktionieren sollte. Tatsächlich sollte es eigentlich gar nicht funktionieren. Ja, das ist eher so das, was ich zeigen wollte. Also er malt eigentlich schon gar nicht mehr sehr wirklich. Er wischt hier so ein bisschen, er schmiert so ein bisschen, aber er macht eigentlich nicht, was er machen sollte. Das liegt zum Beispiel daran, dass ihr eine hellere Grundfarbe als, dass ihr eine hellere Akzentfarbe als die eigentliche Grundfarbe habt, die ihr ausgewählt habt und er jetzt nun versuchen soll, mit der helleren Farbe was abzudunkeln. Das geht in der Regel nicht richtig gut. Andersrum, wenn ich jetzt sage, leiten und wir haben jetzt hier schwarz ausgewählt. Ihr seht, hier passiert jetzt gerade überhaupt nichts, weil er kann mit schwarz natürlich nichts aufhellen. Da fragt er sich jetzt, hast du irgendwie Schuss nicht gehört oder sowas? Was soll ich denn jetzt hier machen? Also hier immer auch mal in den Blendmodus reingucken, weil hier, wie gesagt, da ist mal ganz schnell was Falsches eingestellt und meistens ist es noch nicht mal der Blendmodus, meistens ist es dann die Farbe, die das Problem ist, dass man halt im falschen Blendmodus ist im Verhältnis zur Farbe. Ja, das soll es an sich jetzt an der Stelle erstmal gewesen sein. So rein zu Stolperstein, rein zu, was kann man richtig und richtig falsch machen. Wir nehmen uns jetzt mal unser Fass nochmal zur Brust und dann zeige ich euch mal so die Grundwerkzeuge, wie das funktioniert. Im Übrigen hier dieses Blendmodus, das werde ich euch nicht zeigen, wie das wieder jeder einzelne Modus funktioniert, weil ich davon nichts verstehe. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist mir, das ist mir doch irgendwie so eine Schippe zu krass. Ich habe da so meine zwei, drei Modi, mit denen kann ich arbeiten und ansonsten arbeite ich halt wie mit einem Stift auf Papier, so, dass ich sage, okay, jetzt hier, damit kann ich arbeiten, das verstehe ich, aber ich kann euch jetzt nichts erklären, von dem ich nichts verstehe. Ich denke mal, das liegt auf der Hand. Wir machen unser Fass jetzt wieder braun. Das ist jetzt fast ein bisschen krass braun. Also nehmen wir hier ein bisschen die Sättigung raus. Wir nehmen die Sättigung raus. Besser. So, dann sehen wir hier unsere Deckel und unser Boden. Die sind noch nicht braun. Dann, wie ich es gesagt habe, entweder jetzt hier mit Alt und Q auswählen. Hallo. Hallo. Ach so, weil er hier komischerweise schon wieder das Masking hat. Also das Masking legt er offensichtlich aufs Objekt. Oder wir gehen einfach hier links drauf. Ja, genau. Also das Masking ist hier auch im Objekt gelegt. Wenn ihr das im Masking also auseinander genommen habt, müsst ihr aufpassen, dass das Masking dann auch wieder rausfliegt aus den einzelnen Objekten. So, jetzt sehen wir, haben wir unseren Deckel braun, unseren Boden braun, unser eigentliches Fass braun. und unser braun gefällt uns. Deswegen legen wir hier eine neue Palette an und sagen, das braun, das braun, das will ich haben, drücke auf Plus und dann landet das hier in unserer Palette. Dann will ich jetzt hier unsere Ringe hübsch machen. Wir wissen ja jetzt, wo der Fehler liegt. Machen wir gleich mal das Masking aus. So, dann haben wir jetzt unseren oberen Ring. Sagen wir hier so ein bisschen Eisenfarben werden. Also ganz leichtes Blau, Grau und glatt liegt das Ganze drauf. Dann nehmen wir uns den unteren Ring und glatt liegt das Ganze drauf. Und damit habt ihr jetzt so gesehen eure Grundfarbe. Aber jetzt sehen wir hier drüben was. So richtig hat das nämlich nicht so geklappt. Moment, hier. Hier haben wir jetzt einen Fehler. Das ist so ein Fehler, von dem ich erst gesprochen habe. Der entsteht. Dazu müssen wir unser Fass mal ganz kurz auswählen, damit ich euch das sauber zeigen kann. Der entsteht, wenn dieses Bleeding halt nicht richtig funktioniert. Normalerweise ist das jetzt hier kein definiertes Teil. Normalerweise ist das jetzt hier eine Lücke in unserer Geometrie. Und eigentlich sollte der das auch voll ausmalen mit dem Bleeding. Aber ich habe festgestellt, das hier ist so eine Stelle. Hier weiß er offensichtlich nicht so richtig, was er machen soll. Also hier müsste er dann nochmal manuell rangehen. Jetzt war es die falsche Farbe. Gucken wir mal, ob das denn jetzt funktioniert. Ich nehme das nämlich hier schon zum drölften Mal auf. Eigentlich mit S. Ja, offensichtlich hat das nicht gefressen. Hat er auch nicht gefressen. Ja, ansonsten würde man sagen, jetzt hier mit Shift-X klicken. Shift-X klicken. Ja, jetzt hat er das uns bloß in die Dings reingelegt. Also mit Shift-X und klicken könnt ihr Farben direkt vom Picken, also könnt ihr die Farben direkt mit dem Color Picker in eure Palette packen. Wir haben es glücklicherweise in der Palette die Farbe und damit haben wir den Fehler jetzt hier behoben. Jetzt ist der Fehler hier auch weg. Das ist so ein bisschen Pleiten, Pech und Pann. Manchmal ist es hier wirklich so Leben am, oder Experimente am lebenden Objekt. So, jetzt habe ich aber mir meine graue Farbe nicht gespeichert. Warum habe ich mir meine graue Farbe nicht gespeichert, weil ich ein bisschen doof bin. So, dann gehen wir jetzt also wie gesagt Shift-X klicken und jetzt sehen wir, dass die graue Farbe von meinem Eisen ist ebenfalls da. Ist in unserer Palette gelandet und dann kann ich hier nämlich auch die zwei kleinen Fehler, die sich hier... Jetzt habe ich mich eigentlich verarschen, oder was? Das ist so ein ganz anderes Grau. Offensichtlich spielen wir halt verarsch mal mich eine Runde. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich erklären, was er denn jetzt für ein scheiß Problem hat. Auf jeden Fall scheint ihm irgendwas hier aufzustoßen, sonst würde das hier eigentlich funktionieren. So, oder ist das wirklich so hell? Ich weiß es gar nicht. So, dann sehen wir hier, hier gibt es noch so ein kleines Problem. Also hier müsst ihr dann halt immer mal ein bisschen hingucken, weil, ja, irgendwie macht er nicht immer genau das, was er machen soll. Ganz oft macht er auch das, was er machen will. Aber wir wollen das Ganze ja jetzt hier nicht irgendwie zuklatschen, sondern wir wollen das Ganze jetzt hier schön von Hand bemalen. An der Stelle machen wir eine Pause. An der Stelle machen wir ein neues Video, so gesehen. Denn das machen wir nicht in Echtzeit, da werde ich euch wenn dann aus dem Off was dazu erzählen, denn das ist jetzt das, was die Zeit frisst. Das ist jetzt das, was in der Produktion teuer ist. Sich hinsetzen und anzufangen, Taxturen zu malen, weil das, wie gesagt, das ist unglaublich zeitintensiv. Und dann ist es auch noch die Sache, ich arbeite hier mit dem Draw Tablet, also mit einem Bildschirmzeichen Tablet. Und ich kann jetzt nicht von euch heraus voraussetzen, dass ihr das auch alle habt. An der Stelle im Vorfeld so ein bisschen auch um im Kopf gesund zu bleiben und nicht zu verzweifeln, der Hinweis, wenn ihr sowas im Internet seht, auch wenn ihr sowas bei mir seht, wie gesagt, ich habe jetzt hier so ein Tablet liegen, ich kann damit zeichnen. Wenn ihr mit der Maus nicht so eine schöne Ergebnisse erzeugt, verzweifelt nicht. Ich arbeite mit einem Stift, das ist ein viel natürlicheres Arbeiten als jetzt zum Beispiel mit der Maus. Das nächste ist, das ist auch alles eine Übungssache. Du kannst dich jetzt hinstellen und so einen Typen, der seit 20 Jahren Gesichter zeichnet, zugucken und natürlich wird denen seine Arbeit besser aussehen als das, was du da jetzt, außer du bist das absolute Naturtalent, nach fünf Minuten, wie male ich Gesichter für Dummies Buch, als Ergebnis aufs Papier bringst. Immer bei euch bleiben. Ihr seid euer eigener Maßstab. das, womit ihr zufrieden seid. Das ist das, womit ihr arbeitet. Es ist schön, sich bei anderen Inspirationen zu holen, aber das kann auch ganz schnell ganz ungesund werden, weil ihr unglücklich werdet mit den Ergebnissen, die ihr vielleicht als Anfänger erzielt, nach fünf Minuten Arbeit, nach einer Woche Arbeit oder sowas, wenn ihr euch mit Leuten vergleicht, die das seit fünf Jahren machen, seit zehn Jahren machen, seit 20 Jahren machen. Das geht mir selbst genauso, wenn ich mir Videos von anderen Leuten angucke, die in Blender arbeiten oder wenn ich mir Videos von Leuten angucke, die seit 20 Jahren programmieren und sowas und ich davor sitze und denke, was zum Geier, ich verstehe das nicht. Immer auf dem eigenen Teller bleiben und immer wirklich sagen, hey, guck mal, was ich hier gemacht habe. Das ist was, das konnte ich vor einer Stunde vielleicht noch nicht und darauf stolz sein. So bleibt es auch, so macht es auch weiterhin Spaß. Aber jetzt genug faselt. Ich fange jetzt an. Wir sehen uns gleich beim Texturpainting. Wir sehen uns gleich Ich fange an. Untertitelung des ZDF, 2020